Der wird jetzt auch noch seine Begrüßung reinbringen, weil er selber seine Aufnahme anfängt. Hallo Leute! Ja toll! Jetzt hast du einfach die Aufnahme gestartet, wir waren nur noch am diskutieren. Wir wollen am besten miteinander treiben und... Richtig! Und heute zeigen wir beide... Das Spiel KIN FUN YEAR! KIN... KILL FUN YEAR! KILL FUN YEAR! KIN FUN YEAR! Wer für dein Kinn! Genau. Wer T-Worlds kennt, sollte es ähnlich ansehen, dieses Spiel. Obwohl es ein paar andere... ein bisschen anders an sich ist, weil man keinen Greifhaken hat, ne? Ja. Hatte mich auch schon beschwert. Ja, ich weiß. Ähm, man kann sich übrigens seine Skins selber pixelen, wie man sieht, dass... ...GLP so wunderhübsch ist. Ja! Hab ich dir zu verdanken! Aua! Fick dich! Ich bin gleich tot! Ja, warte, komm, komm! Ja! Danke. Gut, geht darum natürlich, sich gegenseitig niederzuballern. Alle gegen alle. Es gibt auch Team Deadmatch und so weiter, aber das ist nur eine gekauft Version. Die Gratis-Version ist das, was wir gerade spielen. Das spielen auch die meisten. Ich hab ganz viele Server aufgesetzt. Aufsetzen lassen, eher gesagt. Und da könnt ihr alle drauf spielen. Wir werden auch ein bisschen drauf spielen, auf jeden Fall. Die solltet ihr finden. Die solltet ihr auf jeden Fall finden. Die solltet man finden. Die Webseite und alles ist drunter verlinkt. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden, es kostenlos runterladen. Es ist nur 35 Megabyte groß und braucht nicht wirklich groß viel vom Internet. Also dürft ihr es auch spielen, wenn ihr total kacke seid. So, jetzt komm mal her. So wie ich. Ich möchte noch kurz zwei Elemente zeigen. Nämlich, erstens mal, schieß mal auf mich. Mit Rechtsklick kann man Schüsse zurückprallen lassen. Ja. Und unter anderem, wenn ich jetzt Baller, er da zurückprallen lässt. Moment, komm mal her. Kann ich das Ganze natürlich auch wieder zurückschießen, indem ich dasselbe mache wie er. Und Tennis. Oh. Oh Gott, warum ist das so explodiert? Keine Ahnung. Wird anscheinend immer stärker. Warte mal. Ja. Tatsache. Kann ja sein, dass du gar nicht mehr abwehren kannst, oder was. Ja, man darf es wahrscheinlich nur ein paar Mal hin und her schießen. Habe ich selber noch nicht gewusst. Oh, ich habe keine Awesome Sauce mehr. Lass mich. Ach so. Die Awesome Sauce ist, wie oft man dieses Abwehren machen kann. Den muss man halt wieder auffüllen, indem man einen Spieler tötet. Und es gibt noch ein zweites Element. Nämlich, wenn man schießt und Shift gedrückt hätte, während man einen Rechtklick macht, kann man seine Schüsse selber nochmal durch die Luft lenken. Ja, für die ganzen Pros. Moment, wo bist denn du? Oben, in der Mitte. Oben, okay. Ja, genau. Ich komme mal mit meinem Terraria-Item. Terraria-Item? Ja, hier. Hat dich da nicht daran erinnert? Doch, die Harfe, ja, gut. Gib mir mal ein bisschen Wasser. Da, eine Granate. Nein, ich will deinen Zuschauer. Geh weg. No. Warum tötest du mich? Komm, bist du direkt da. Ja, warte denn, was wolltest du? Das da. Ach so. Ah, geht der da auch damit? Ja, klar. Doch. Shift. Shift und Rechtsklick. Ach so, Rechtsklick. Genau. Ah. Warte mal dann. Oh. Ja, und die zurückgelenkten Schüsse, da kannst du auch nochmal selber lenken. Die kann ich, okay, dann, dann, dann mach mal eben. Warte mal, lass mal, lass mal hier. Ich nehme mal eine sprechere Waffe. Übrigens, Leben regeneriert sich nach einer Weile. Okay, ich balle hoch. Und dann, lol. Genau. Lol, wie krass. Da, da braucht man aber echt erst ein Händchen für. Oh. Oh. Boah. Stimmt. Wie krass ist das denn? Genau. Ansonsten gibt es halt ein paar unterschiedliche Waffen jetzt in dem Free-Modus, den man hauptsächlich spielt. Also zumindest nicht. Ähm. Dieses schöne Gewehr, was diese ganz vielen blauen Kugeln schießt, die sich immer wieder aufteilen. Natürlich, wenn man aus der Nähe trifft, macht das verdammt gut Schaden. Ja. Also, es gibt natürlich unterschiedlich starke Waffen. Kannst du dich ja auch selber damit treffen. Ne. Selber Schaden machen kann man sich nicht treffen. Nein. Ähm. Ich zeig mal noch die anderen Waffen. Dann gibt es diese große, fette Pistole, die einen Schuss einfach schießt, so. Pau. Der macht auch gut Schaden. Muss man halt aber genau treffen. Ähm. Hast du die Minen schon gezeigt? Nein, ich habe noch keine Granaten gezeigt. Achso. Ja, einfach mit E aufheben, alles und dann eben mit Kuh. Alle lila Sachen sind Granaten. Das sind zum Beispiel normale Granaten. Auwa. Wo ich zu weit geworfen habe. Und hier eben. Düdydydy. Pam. Die macht dir auch Schaden, ne? Pam. Das auch. So. Das Saxophon hat der GLP schon so genug gezeigt. Dann gibt es den Raketenhelm. Pam. Da schießt halt ein paar Raketen. Die lassen sich nicht so leicht nach oben lenken. Also wenn ich die nochmal umlenke, kann man die nochmal von der Richtung her hin und her denken. Oh Gott. Ja, ist halt alles waffenbedingt auch teils, ne? Die ganzen Fähigkeiten, die man da anwenden kann. Ach, und zusätzlich. Und ich denke mal, dass da viel noch zukommt. Für alle, die flamen wollen, dass das Spiel voll von Minecraft abgeschaut ist. Ähm. Kannst du mal aufhören bitte. Ja. Ich werde dir was zeigen. Man kann... Geh doch weit. Ohohoho. Spring mich weg, ey. Da, man kann mit ein paar Schüssen die Blöcke alle kaputt... Also die meisten Blöcke, viele Blöcke kann man kaputt machen. Sind eigentlich die meisten unterschiedlich stark vom Leben her. Und es ist ein Level-Editor dabei, da kann man selber sein Level komplett bauen. Ja, oder eben mit C. Mit, hm? Mit C. Ach, ja genau. Es gibt noch den Bau-Modus mit C. Das sieht man, wenn die Baffe im Hintergrund ist, da kann man den Block angeklickt halten und dann langsam abbauen. Im Premium-Modus kann man die Blöcke dann auch aufsammeln und selber nochmal platzieren. Wie in Minecraft. Und... Boah, dauert das lange. Es ist halt unterschiedlich, wie viel Leben so ein Block hat. Es gibt auch Blöcke, die sind mit zwei kleinen Klicks weg. Ja. Genau. Und verletzen tut dich das nicht, oder? Wenn ich in dir stehe und das hier benutzt. Mach mal. Nö. Okay. Achso, und das stampfen natürlich auch noch. Hier. Man kann da unten drücken und... Stampf, man kann spieler kaputt stampfen. Duff. Pam. Steht ja schon immer links oben da, was, wie ich GLP gerade getötet habe. Um stolz zu sein. Nii, ich hab Warno getötet. Das ist schon oft genug getötet, Mann. Ähm, auf die normalen Server passen bis zu acht Spieler. Und auf die Premium-Server bis zu 16 Spieler. Und auf den Premium-Servern gibt es noch zwei neue Spielmodi, wie Capture the Flag und Team Deadmatch. Das wusste ich nicht. Aber ich hab das Spiel auch erst seit... ...na Stunde. Ja. Kannst du noch nicht so lange. Ja, die Entwickler hat mich angeschrieben, noch mal so nebenbei. Ich werde auch, denke ich, von denen noch ein paar Keys bekommen und die dann verlosen. Schätze ich mal. Ich weiß es noch nicht. Also, die hatten das schon angeboten. Weiß jetzt nicht, wie das... Also, ob das Angebot noch steht. Schon ein bisschen länger, ja? Mal gucken. Ja. Schaut bei ihm vorbei. Er wird was verlosen. Ich bin nicht so der Verlose-Man. Aber ich mein, wenn sie es schon anbieten. Na klar. Ich hab mir jetzt sogar Premium selber kaufen müssen. Du hast es ja geschenkt bekommen von dem. Ja, so geil. Er erzählt mir von dem Spiel. Und ich... Ich denk so... Also, als es im Spiel war... Kommt mir doch bekannt vor. Hab mich den Entwickler nicht angeschrieben. Und dann hatte ich eben den Key noch im Postfach. Siehst du mal. Und zeig mal dein Bild. Ich glaube, dass man das noch gar nicht wirklich gesehen hat. Oder? Mein Avatar? Ja. Äh... Ja, wo bist du? Warte. Hallo. Ein Bild. Ich bin ein hübsches Gemälde. Und ich bin GLP mit Maske. Yay. Man kann sich übrigens auch ducken, ne? Achso, ja. Das sieht aus, als wenn man irgendwie eine Spinne wäre. Okay, jetzt gerade sieht es ein bisschen doof aus. Wegen der Waffe. Moment. Ah, verdammt. Sieht ja noch dümmer aus. Oh. Es steht doch immer da, mein Avatar, wenn ich dich töte. Stimmt. Haben sie doch schon gesehen. Eben. Ja, ich, weißt du, ich gehe mal davon aus, dass das, äh, einfach so eine Art, äh, mit, mit inbegriffenes Bild ist. Also, weil, weil, weil das eben, naja, es passt eben zu dem Spiel irgendwie. Ja. Es gibt übrigens viele vorgefertigte Skins und die Skins an sich haben auch viele verschiedene Gesichter. Wir haben sie jetzt beide so gemacht, dass wir nur ein festes Gesicht haben. Man kann sie aber auch durch sechs unterschiedliche Gesichter pixelen. Dann schaut ihr einfach auf die Homepage. Da gibt es ein Video dazu, wie man sich am besten einen eigenen Skin macht. Oder ihr wählt halt einen der, wie habe ich dich getötet? Keine Ahnung. Ähm, einen der vorgefertigten Bilder, äh, Skins. Die haben ganz viele verschiedene Gesichter. Seht ihr links unten auch an den kleinen, das ist fünfmal, sechsmal mein Skin so klein, kann ich mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs auch durchswitchen. Ach, das geht, cool. Ja, das geht. Und, ähm, je nachdem mit, wie ich angreife, ob ich mich gerade ducke und so, immer wechselt das Gesicht auch. Ob ich gerade schieße oder ob ich gerade eine Granate werfe. Ja, nur wir sind so emotionslos, dass eben nichts passiert. Oh, haha, ich habe dich getötet. Danke. NP. Und hier könnte man bestimmt auch mal mit der Community was machen. Ist ja noch nicht so bekannt, das Spiel. Ja, ja klar, das wird jetzt hauptsächlich unsere Community spielen, weil wir es ja zeigen. Na klar, ich meine, wenn man, wenn man nach einem Server sucht, findet man erst mal zwölf mal deinen. 25 Servers, das ist von mir. Ja, es gibt irgendwie fünf, sechs normale Server und dann 25 mal Server von mir. Ähm, Premium-Server wird es auch ein paar von mir geben. Das kann ich mir im Premium-Modus mal danach anschauen. Ja. Da gibt es auf jeden Fall mehr Waffen. Ganz, ein paar neue Waffen. Da gibt es so Laserwaffen und so, irgendeine Muskelarme, wo unter den Armen dann Fliegen rauskommen, die kann man dann schießen. Okay. Irgendwie so. Ja, ich habe es mir noch nicht angeschaut. So wirklich. Müssen wir mal machen. Dann vielleicht auch mal mit einem Server-Bad-Video. Ja, ich hatte, ich hatte niemanden anderen, der Premium hatte. Achso. So ist ja jetzt Premium. Aua. Wir können auch einfach live auf dem Premium-Server wechseln, schnell. Ja, könnten wir tun. Wenn es die Aufnahme packt und das Spiel nicht dann wieder Server-Probleme gerade hat. Es hat gerade ein paar stärkere Server-Probleme bei Jordan. Das startet einfach das Spiel mal neu und naja. Dann sollte es gehen. Ja, ich schaue einfach mal. Okay, wo gehen wir rein? Äh, das nehmen wir erstmal 100 mal meinen Server. Ja. Gehen wir in Obamas Premium-Server. Obamas Premium-Server, okay. Ist das der echte? Bestimmt. Oh, ich bin drauf. Oh, neue Waffe. Oh Gott. Cool. Lol, so ein Laser, der an allen Wänden abprallt. Der prallt ab? Der ist neu. Der ist neu seit der neuesten Version, die seit gestern da ist oder seit vorgestern. Was ist das denn? Ja, hier gibt es einiges. Geil. Komm mal her. Wo bist du? Unten, Mitte. Ach, guck mal, das ist dieselbe Map. Es gibt 30 unterschiedliche Maps auf jeden Fall. Also nicht wundern, dass wir jetzt gerade schon wieder auf derselben gelandet sind. Zufall. Wo bist denn du? Unten. Lol. Ja, unten. What the fuck? Achter. Guck mal. Greif mich mal an. Ja, ich seh schon. Ich bekomme Schaden. Aua. Lol. What is, what is that denn? What the fuck? Wie lange hält es? Lange. Sehr lange. Bestimmt eine Minute. Okay. Wo bist denn du? Hier, guck mal. Lol, ich kann fliegen. Du bist nicht okay. Warte mal, warte mal. Nicht töten. Ich bin hoch. Yay. Boah. Boah, damit kannst du bestimmt. Hui. Ui. Verdammt, ich hab keine Muni mehr. Oh Gott. Hilfe, ich bin zu doof dafür. Hallo. Weg mit deinem... Boah, ich blute. Guck mal, die machen so einen Gifteffekt. Schau mal, ich blute. Ich verliere die ganze Zeit Leben. Die Bombe finde ich komisch. Was gibt es noch? Da sind ja Moskitos. Da oben sind die Flügel. Die will ich haben. Die kenne ich auch noch. Hitsch. Warte. Töte mich mal nicht. Ich baue mich mal gerade hier runter und schaue mir die Flügel an. Okay. Ich fliege. Ja, guck mal. Ich hab nen Block. Sag mal, wie hoch bin ich denn jetzt? LOL. Ahaha. Der fliegt echt unendlich weiter. Wie geil. Jetzt bin ich erst unten. Was ist das denn? Scharfschützengewehr? Oh oh. Bombe. Ach, cool. Was denn das hier? Ja, da... Rechtskrieg bringt nix. Ja, einfach... Boah. Macht aber gut Schaden. Hallo. Nein, ich komme nicht mehr raus. Verdammt. Ja, ich hab die Flügel, ne? Oh, ich komme nicht mehr raus. Zombie. Oh, danke. Wo bin ich? Oh. Oh. Boah, guck dich. Guck dir mal an. Wo bin ich denn jetzt? Ja, oh, ich bin da rausgefahren. Ja. Ich baue alles ab. Oh, die Flügel sind weg. Und das hier sind so Stampfstiefel. Damit macht man mehr Stampfschaden, glaube ich. Und immer wenn ich in 10 im Bonus wechsle, habe ich wieder meine Blöcke. Wo bist denn du gerade? Ja, ich baue mich hier gerade durch. Dusch. So cool die Sounds, man. Ja, das sind halt halt irgendwie so im Mund, ne? Mit dem Bull. Aber... Mit dem Bull. Achso, ich bin den C. Deswegen kann ich ballern. Oh, die Stadt. Kennen wir das schon? Das kennen wir schon. So, wo bist du? Hä? Krieg dich. Hat sich das schon immer so krass ausgebreitet? Was denn? Ja, die, 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 die... Keine Ahnung, wie man das nennt, Waffe. Hier, das. Ja, klar. Das spaltet sich immer wieder ein paar Mal. Nein. Lol. Hä? Warum habe ich abgewehrt? Nein, nein. Der prallt an Wänden ab. Achso. Der prallt auch an deinem Gesicht ab, wie es scheint. Ja, die Maske hilft. Haha, trotzdem muss ich dich gekillt. Ich habe keinen Schaden bekommen. Gar keinen? Nö. Oh, oh. Ich habe eine Mail bekommen. Verdammt. Eine Mail? Keine Waffe. Lass mich. Ratter, ratter, ratter. Nein. Ha. Jetzt. Ich kriege dich. Mit dem Laser kann man voll geil die Schlüssel planen, weil der überall abbreitet. Kann man mit der Rakete auch Schaden machen? Bestimmt. Oh, 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 er kommt zu mir. Aua. Winning. Ich glaube nicht. Oh, was ist das denn? Rapid Fire. Lulululul. Komm mal nach unten, ich will mal testen. Und? Was ist das? Achso, der. Okay. Komm mal nach unten. Ja, ich komm. Ah, ich bin über dir. Entschuldigung. Gott, Rapid Fire. Ah, verdammt. Lul. Zwei geteilt. Lul, wie schnell ich einfach schieße. Wie schnell schieße ich damit? Ja, doppelt so schnell schieße man damit, okay. Moment. Oh, es ist weg. Jetzt kann ich nochmal normal zeigen. Zum Vergleich. Nein, ich will da hoch. Nein, das wollte ich doch haben. Golden Boots. Mit denen springt man höher. Achso. Das macht wahrscheinlich mehr Stampfschaden. Könnte ich mir vorstellen. Ich will mir auch mal diese giftigen. Oh, ich bin muskulisch. Komm her. Komm her. Achso, alle abgesprengten Blöcke sammelt man auch auf. Steht und zieht man irgendwo, wie viele man hat. Nö. Huch. Es ist so schnell, ne? Diese Fliegen erinnern mich so an Binding of Isaac. Ich bin unsterblich. Ich bin unsterblich. Schönes Fliegen-Battle. Ha. Winning. Fliegen-Battle win. Achso, wenn man stirbt, sind die ganzen Blöcke weg, die man hatte. Oh, lass mich doch leben. Ich habe gar keine Muni mehr. Ohohoho. Nein. Winning. Da baller ich schon alles rein, was ich habe. Ey, schon wieder eine Mail. Oh, mir hat jemand Portal 2 Dingens gekauft. Es gab Madonna. Was ist das? Ist das ein Sniper, was du hast? Keine Ahnung. Boah. Boah, ein Schuss. Warte mal, war das ein Fett. Komm mal her. Ich glaube, ich war schon halb tot. Ja, können wir jetzt mal testen. Wo bist du? Ich komme gerade wieder irgendwie zu dir. Versuche es zumindest. Ich bin damit, glaube ich, zu schwer. So, jetzt hat er. Oh, nein. Boah. Warte. Ich habe noch einen Millimeter Leben. Hehe. Ohoho. Krieg dich. Verdammt. Hahaha. Gut versteckt. Aber damit, mit dem Block abbauen, kann man sich auch eine schöne Deckung bauen. Na? Ja. Gerade dabei. Ja, ob das so schlau ist. Was du da jetzt gerade machst. Ich weiß nicht. Ja, ich meine in Modus wie Capture the Flag zum Beispiel. Wenn du dir dann eine Basis baust. Also, die Flagge, somit ich Blöcken verteidigst, ist natürlich geil. Hallo. Hi. Ach, hast du Lüge. Jo. Möchtest du ein kleiner Schmetterling? Jo. Die möchten leben. Geh bloß weg von mir. Ich grab mich schnell wieder nach oben raus. Ja, unendlich Muni habe ich auch nicht. Verdammt. Ich mache deine ganze Basis kaputt. Ha, wie gefällt dir das? Sehr gut. Ich grab mich gerade hier unten durch, dass sie mal irgendwie zu dir kommen. Ist jetzt natürlich zu zweit jetzt nicht gerade hier die überste Action. Aber laden sie sich doch einfach mal runter und spielst alle. Ey. Lol. Ja, schüpf mir doch auf meinen Kopf. Bist verblutet, oder? Ja. Wenigstens kann noch keiner behaupten, wir sind Noobs in dem Spiel, weil es noch keiner spielt. Ja. Der Leute gleich gibt's direkt den ersten Pro-Gamer. Ja, klar. Ne, es gibt schon ein paar, die relativ gut sind. Ähm, ja, könnte ich mal... Ja, pff, hüpft mir doch auf meinen Kopf, weißt? Ah, cool. Muni. Nein! Nein! Keine Muni für dich! Du bist ein böser Junge. Doch, aber die neuen Waffen sind auch cool. Komm her! Nein! Hä, ja, was denn, was denn, was denn, was denn, was denn, hä? Gut erwischt. Verdammt. Nein! Komm! You killed yourself, ja, super. Das machen nur echte Pros. Warte mal, geht das? Macht das Schaden? Ja, ich bringe das. Ich bin der F. Wie geil. Okay. Die hat sogar jetzt auch viel Schaden gemacht. Ja, ich glaube, weil es schwer ist, da mit Leuten zu treffen. Meinst du echt? Geht das denn, da zurück zu schleudern? Glaube nicht. Ich habe es gerade ein paar Mal probiert. Dann lass uns doch mal Tennis spielen, komm. Okay. Ich bin unten wieder. Ja, warte mal, ich... Oh, verdammt. Okay. Lass uns Risiko-Tennis spielen mit der Sniper. Okay. Lieber oben, oder? Was ist das denn? Oh, nein. Ja, wie unfair. Guck mal. Alter. Das ist richtig unfair. Was ist das denn? Lol, ich bin unsichtbar. Ganz unsichtbar? Keine Ahnung. Warte, komm. Wo bist du gerade? Verdammt. Hier oben. Ich glaube, du siehst mich nicht. Hier, siehst du mich? Sehst du mich gerade? Nee, ich sehe dich gar nicht. Oh Gott. Wie geil. Kann mir aber denken, wo du bist. Ha! Das hat dein Fleisch. Ah, Sefkel! Scheiße. Minen kann man übrigens und Granaten kann man auch mit dem Schild abwählen. Warte mal. So, jetzt leuchtet die blau. Das ist meine, zum Beispiel. Boah, verdammt. Was wolltest du machen? Abwählen? Achso. Ja, komm, dann lass mal, komm mal da oben und lass mal ihm abwählen spielen. Abwählen spielen, abwählen spielen, yay. Das ist jetzt natürlich kein so ein Spiel, was man irgendwie drei Stunden am Stück spielen kann, aber wenn man so täglich mal so eine halbe Stunde oder so spielt, macht es auf jeden Fall Spaß. Ja. Und. Alter. Ich komm gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich hat er so eine ganze Awesome Sauce verbraucht. Sekunde. Ist also extrem tricky. Ach. Ja, schieß mich halt mit irgendwas einmal an, damit deine Awesome Sauce voll geht. So, ist sie voll? Nö. Au. Ich bin gleich tot. Ja, jetzt ist er fast voll. Okay, dann warte ich noch, bis das Bluten aufhört und bis ich mich geheilt habe automatisch. Du, 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 du. Warte, mein Lieben geht gerade voll. Und 3, 2, 1. Puh. 3, 2, 1. Piu. Ah. Also doch trotzdem tricky. Ah. Zombie wins. Zeit? Zeit Limit, oder? Achso. Ja, ich denke, das war mit Zeit Limit. Cool. Gut, das war auf jeden Fall Kill Van Yer. Oder willst du noch mehr? Nö. Ich denke, damit schließen wir das erst mal ab. Wir werden aber hoffe ich mal, noch ein paar Videos zu machen, wenn da was neu rauskommt. Klar ist hier gerade in der Alpha auch noch. Ja. Es kam erst vorgestern oder gestern ein Patch, dass man mehrere Server hosten kann. Deswegen mache ich auch erst jetzt ein Video dazu. Ich spiele es ja schon seit einer Woche oder so. Ja, die, oh, coole Map. Die hat mich ja schon vor zwei Monaten angeschrieben, deswegen nicht. Quadrapple Damage. Viermal so viel Schaden. What the fuck. Ich will meine Schüsse an. Warte, ich will auch, ich will auch, nein, nimm mal, nimm mal, noch mal. Boah, nimm noch einmal, gucken, ob das geht. Quadrapple Damage, Quadrapple Damage, nö. Aber ich glaube, die Schüsse, die man zurückschießt, verdoppelt sich ja nicht immer den Schaden. Weil schau mal, die leuchten jetzt auch so blau. Boah, was ist denn, wenn ich das hier zurückballere? Komm mal her. Ja, komm her. Nein. Oh, verdammt. Und ich schieße. Oh, tot. Aber da sahen sie wieder normal aus, fand ich. Nein, vielleicht ist es ja mit dem Abprallen, dass es dann stärkt, dann werden die Schüsse stärker oder so. Warum wurden die jetzt gerade schwächer? Ist doch irgendwie sinnfrei. Die waren nicht schwächer, die haben mich ja getötet. Ja, aber sie waren blau. Und blau bedeutet eigentlich, dass sie wieder normal stark sind. Nein, 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 nein. Jeder Spieler wird so eine Farbe so gesehen zugeordnet. Ach so. Beim Zurückschießen. Okay. Wo bist du? Also meine waren blau und deine waren rot, die Schüsse. Dass man halt weiß, ob sie gerade zurückgelenkt wurden, sonst ist man ja komplett verwirrt. Ja. Hier oben bin ich. Lol, abgewehrt. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Lol. Warum dat? Ja, wegen den abgewehrten Schüssen. Verblutet. Aber du hast mich doch viel öfter getroffen. Ist halt ein Cheater. Danke. Fang dich jetzt ab. Ah. Aua. Scheiße. Ich hab mich selber geschossen. So. Getroffen. Ich klicke mich immer selber fest die ganze Zeit. Alter. Nun trifft man sich ja eher selber. Hä? Und was dat denn? Hast du gesehen? Was denn? Was war dat? Mein, mein Rüssel macht immer komisches. Mein, du Rüssel. Deine Rüssel. Die Waffe heißt übrigens der Elefant. Oh. Ja, der, der. Der hat den irgendwie rausgestreckt. Oh. Ja, immer wenn du schießt, macht er das. Ach so. Sah komisch aus. Alter. Das ist natürlich so geil, wenn ich so sch... Ich wollte gerade was zeigen. Wollten wir nicht aufhören zu spielen? Ja, eigentlich schon. Gut. Wir sehen uns auf jeden Fall bei dem nächsten Video wieder. Vielleicht spielen wir ich und GEP mal zusammen. Warte, warte, warte. Hier sind zwei Flügel und ein Speed-Teil. Das ist ein Rapid-Fire. Das ist Rapid-Fire. Du kannst jetzt schneller schießen, deine Raketen. Oh Gott. Boah. Warte mal, Sekunde, warte mal. Einen Test noch. Komm, hau schnell. Ja. Hier, unter mich. Bist du? Ich geh mal hier hin, dass ich so auf dich stampfen kann. Geht? Ja. Moment. Oh. Deine Raketen haben mich weggepustet. Verdammt. Sekunde, Sekunde, bleib einfach da. Ich hab volles Leben jetzt. Wie geil. Du bist stompt bei German Let's Play. Killed bei einem Controller. Gut. Aua. Während er sich hier selber noch ein bisschen abballert, verabschiede ich mich zum letzten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Ja.